Dieses Gefängnis befindet sich fest in der Hand organisierter Banden. Es gibt nichts, was wir nicht können und niemand kann das stoppen. Eine Art Geheimbund, den wir aufspüren müssen. Getrennt nach Rassen, aber vereint in ihrem Hunger nach Macht, herrschen hier die Anführer mit eiserner Faust. Ich hab den Latino abgestochen. Er hat Sachen gesagt, die er nicht hätte sagen sollen. Da hab ich zugestochen. Zweimal mit einem großen Messer in den Hals. Wir haben eine Liste mit Todesurteilen. Inside. Gangs hinter Gittern. 40 Kilometer östlich von Sacramento. Die Main Street in Folsom, Kalifornien, ist charakteristisch für eine typische amerikanische Kleinstadt. Doch die Idylle trügt. Hier treiben einige der gewalttätigsten Banden der Westküste ihr Unwesen mit Gewalt, Chaos und Drogenhandel. Ein Geschäft, das nicht nur auf den Straßen blüht, sondern auch innerhalb der grauen Steinmauern des California State Prison. Man landet nicht in einem Gefängnis der höchsten Sicherheitsstufe, wie dem California State Prison, wenn man nie mit Banden zu tun hatte. Ein Gefängnis, das für 2000 Insassen vorgesehen, aber mit rund 3100 belegt ist. Das bedeutet eine Menge Aggression, mit der die Vollzugsbeamten konfrontiert werden. Viele unserer Insassen sind hier ohne eine Chance auf Bewährung. Das macht diesen Ort sehr gefährlich. Hier geht es genauso zu wie auf der Straße, nur dass wir hinter Gittern sind und keinen Zugang zu Waffen haben. Die Gangs wickeln ihre Geschäfte im Gefängnishof ab und zögern nicht, andere Insassen oder Beamte, die ihnen im Weg sind, durch Gewaltanwendung einzuschüchtern. Ich habe gesehen, wie einer etwa 100 Stiche verpasst bekam. Keine Ahnung, ob er überlebt hat. Einen Monat später wurde einem anderen mit einem Schuss vom Turm das Herz aus der Brust gepostet. Die Vollzugsbeamten versuchen ein gewisses Maß an Ordnung zu halten. Doch im Gefängnishof herrschen die ungeschriebenen Gesetze der Bandenschefs. Sie brechen eher tausend unserer Gesetze als eins ihrer eigenen. Und das Wichtigste von allen ist die Rassentrennung. Die Anführer haben sogar den Hof in Parzellen eingeteilt. Es gibt ein Gebiet für die Asiaten und eins für die Weißen. Seit 16 Jahren beaufsichtigt Sergeant Kennedy dieses Pulverfass und kennt die Einteilung genau. Hier oben stehen zwei Tische für die Latinos, die im Augenblick unter Einschluss sind. Der Tisch da drüben ist für die L.A. Crips. Ein paar von ihnen sind gerade da. Auch die Sportflächen sind getrennt. Das Gebiet da hinten ist für Weiße, Asiaten und Latinos. Die Schwarzen bleiben da drüben, von den anderen getrennt. Auch innerhalb jeder Rasse gibt es konkurrierende Banden. Und jedes Gangmitglied weiß, dass es das Terrain einer fremden Gang auf eigene Gefahr betritt. Ich war Zeuge, wie Menschen erschossen wurden. Erschossen und erstochen, auch wenn sie schon am Boden lagen. Einigen wurde die Kehle durchgeschnitten, ein anderer wurde regelrecht gefehlt, aufgespießt, hochgehoben und gegen die Wand geschmettert. Ich habe gesehen, wie man ihnen die Beine und das Genick gebrochen hat. Ich habe alles gesehen. Man kann sagen, hinter diesen Mauern existieren kleine Länder mit einer eigenen Politik und eigenen Gesetzen. Auch ihre Kriege führen sie nach ihren eigenen Regeln. Eine Beleidigung oder ein verpatzter Drogendeal reichen aus, um so einen Krieg zu entfachen. Und egal, was der Auslöser war, man kämpft immer für die eigene Rasse, wenn es sein muss, auf Leben und Tod. Wenn sich da drüben ein Schwarzer und ein Weißer prügeln, muss jeder Weiße ihm sofort zu Hilfe eilen. Und die meisten Schwarzen machen es genauso. Aber jeder Weiße muss sofort loslaufen. Du darfst nicht sitzen bleiben und dich raushalten, es sei denn ein Officer oder ein Mitglied einer anderen Rasse hindert dich. Sonst hast du da mitzumischen. 2004 beschloss Eric James Foster, ohne erkennbaren Anlass, diese Rassengrenze zu überschreiten, um einen anderen anzugreifen. Das führte fast zu einem Blutbad zwischen den Gangs der Weißen und der Latinos. Die Auswirkungen sind heute noch spürbar. Ich habe den Latino abgestochen. Er hat Sachen gesagt, die er nicht hätte sagen sollen, da habe ich zugestochen. Zweimal mit einem großen Messer in den Hals. Ich habe ihn ernsthaft verletzt. Er hat stark geblutet und war in mehreren Krankenhäusern. Jedes war größer als das davor. Ausgerechnet Foster, der wegen Mordes zu 25 Jahren bis lebenslänglich verurteilt wurde, ist einer der wenigen Häftlinge, die keiner Gang angehören. Ich bin nirgendwo Mitglied. Ich bin ein weißer Einzelgänger. Ich kann mit Banden nichts anfangen. Sehen Sie sich die Typen an. Alle haben einen gemeinsamen Nenner. Speedfreaks, Drogendealer, Junkies, Heroinabhängige, alles. Hauptsache Rauschgift. Kaum hatte die Nachricht von dem Angriff auf den Häftling die Runde gemacht, da bemerkte der Wachhabende auf dem Kontrollturm verdächtige Aktivitäten. Einer der Männer verhielt sich eigenartig. Er brachte Abfalltüten in den Hof und händigte anderen vorbeikommenden Latinos Socken und Handschuhe aus, in denen offensichtlich etwas versteckt war. Wir haben sofort reagiert. Alle Insassen mussten sich auf den Boden setzen. Bei der Durchsuchung fanden wir ca. 35 Waffen, allein bei den Insassen in unserer unmittelbaren Nähe. Später stellte sich heraus, dass sie Angriffe gegen die weißen Häftlinge geplant hatten. Jeder Weiße im Hof war verpflichtet, mir zu helfen, falls die Mexikaner mich angriffen. Wenn nicht, würde ihnen dasselbe Schicksal ereilen. Oder ich würde dafür sorgen, dass jeder, der mir nicht geholfen hatte, Bekanntschaft mit meinem Messer machte. Diesmal konnte ein Krieg verhindert werden. Doch die Aufseher wissen, es ist nur eine Frage der Zeit bis zum nächsten Aufruhr. Sicherheitshalber bleiben Weiße und Latinos daher unter Einschluss in ihren Zellen, bis die Gemüter sich beruhigt haben. Das war vor zwei Jahren. Ich bin ein Unruhestifter. Ich sorge lieber für Ärger, als zu helfen, ihn beizulegen. Die wollten mich nicht mehr im Hof. Foster wurde in den Hochsicherheitstrakt ADSAC verlegt. Es ist wie ein Gefängnis in Gefängnis. Die Insassen haben innerhalb der Anstalt Straftaten begangen und wurden daher aus Sicherheitsgründen von den anderen getrennt. Im ADSAC muss Eric Foster 23 Stunden am Tag in seiner Einzelzelle bleiben und hat nur wenig bzw. gar keinen Kontakt zu den Vollzugsbeamten. Offenbar macht es ihm nichts aus. Ich werde vermutlich bis zu meiner Entlassung im Jahr 2012 in so einer Zelle sitzen. Er hat seine eigene Art, mit der Isolation fertig zu werden. Viel auf- und abgehen, viel lesen, auf Post warten, die Post beantworten, falls man welche bekommt, und Sportübungen. Und ich habe den Band 7 von Harry Potter noch nicht gelesen. Ich warte immer noch auf den letzten Band. Und bis der nicht erschienen ist, mache ich gar nichts. Krieg hinter Gittern. Bandenchefs entscheiden im Gefängnishof über Leben und Tod. Die Alarmanlage signalisiert den Beamten, dass es im Gefängnishof zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen ist. Im California State Prison kann schon die kleinste Reiberei einen Auffohr auslösen. Die Vollzugsbeamten setzen Pfefferspray ein und bekommen die Wirkung auch selbst zu spüren. Dieses Mal konnte die Ordnung schnell wiederhergestellt werden. Niemand wurde ernsthaft verletzt. Die Insassen kehren in ihre Zellen zurück. Doch die Arbeit ist noch nicht zu Ende. Wir müssen den Hof abgrasen und auch die unbeteiligten Häftlinge durchsuchen. Bei solchen Kämpfen werfen die streitenden Parteien die Waffen weg. Der Nächste hebt sie auf und versteckt sie für später. Diesmal finden sie nichts und es kehrt wieder Ruhe ein. Doch die Aufseher wissen, der Hof steht unter der Kontrolle der Banden und die nächste gewalttätige Auseinandersetzung lässt nicht lange auf sich warten. Ich habe mit angesehen, wie einem Mann der Kopf fast abgetrennt wurde. Ich war gerade drei Wochen hier, da schnitt ein Mexikaner einem Asiaten die Kehle durch. Von Ohr zu Ohr und der Kopf klappte nach hinten. Das hat mir Angst gemacht. Da wusste ich, ich bin im Gefängnis. Frank Holden wurde 1998 nach seiner Verurteilung wegen versuchten Mordes und Brandstiftung hier inhaftiert. Schon bald trat er einer Gang bei, die zur Aryan Brotherhood gehört und wurde ihr Anführer. Leute wurden niedergestochen, weil ich es angeordnet habe. Bin ich stolz darauf? Nein. Musste es sein? Vermutlich nicht, aber es ist passiert. Ein paar der Typen tun mir leid, aber so ist das nun mal. Du bist im Gefängnis und das ist Gefängnispolitik. Draußen war ich gewalttätig, habe Gewalt im Gefängnis gefördert und selbst einige Gewalttaten verübt. Jay verbüßt wegen einer ganzen Reihe von Schwerverbrechen eine Haftstrafe von 47 Jahren. Ich saß 1995 in Nevada und 1997 in Kalifornien, wegen zwei Schießereien. 2000 war ich auf Bewährung draußen. Jetzt sitze ich wegen Mordversuchs an einem Sheriff in Sacramento. Hier schloss er sich dem Wolfpack an, einer Gang der White Supremacists. Und, wie jedes neue Gangmitglied, musste er ein brutales Aufnahmeritual durchstehen. Drei Insassen holen dich für drei Minuten in eine Zelle und du musst dich mit ihnen schlagen, ohne Pause. Du bist ständig in Bewegung und kämpfst gegen alle drei. Danach musst du noch deine Arbeit erledigen. Im Gang-Jargon bedeutet Arbeit, seine Bandenzugehörigkeit zu beweisen, indem man andere Insassen überfällt oder tötet. Auf diese Weise kämpft man sich in der Hierarchie nach oben. Wir haben eine Liste mit Todesurteilen. Insassen, die abgestochen werden sollen. Sie gehören nicht zu uns, weil sie etwas Falsches getan haben. Giuseppe Malo Filippi gehört seit vielen Jahren zu den Zurenius. Er wurde wegen Mordes zu 29 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Der Spitzname Malo bedeutet Böse. Den Spitznamen habe ich, weil ich jemandem ins Gesicht geschossen habe. Dreimal mitten ins Gesicht. Seither heiße ich Malo. Malo hatte den Ehrgeiz, bei den Zurenius eine führende Position einzunehmen und hat dazu sogar die Gefängnisbibliothek besucht. Wir haben in einem Buch nachgesehen, wo die einzelnen Organe sitzen, damit wir sie auch treffen. Ich habe zweimal die Leber, zweimal die Bauchspeicheldrüse und zweimal die Lunge erwischt. Und zweimal knapp das Herz verfehlt. Die Kaltblütigkeit geht so weit, dass Malo nicht einmal weiß, warum er den Mann so zugerichtet hat. Wir wussten nicht, was er getan hatte, sondern nur, dass er auf der Liste stand, die wir von Gangmitgliedern bekommen hatten. Wir haben ihm 18 Messerstiche verpasst. Wie durch ein Wunder überlebte der Mann. Malo saß zur Strafe 26 Monate in Einzelhaft. Es gibt zahlreiche Gründe dafür, dass ein Häftling zur Zielscheibe solcher Attacken wird. Laut Jay hat dieser Wahnsinn sogar Methoden. Es gibt verschiedene Prioritäten. Sexualverbrecher, Vergewaltiger und Kinderschänder werden automatisch abgestochen. Alles andere muss warten. Danach kommen Verräter oder solche, die andere vielleicht wegen Drogen getötet haben. Oder einer sollte draußen einen Job erledigen und hat es nicht gemacht. Wenn er dann zurückkommt, ist er dran. Er wird vielleicht nicht umgebracht, sondern muss einen anderen mit dem Messer erledigen. Falls er sich weigert, ist das wieder ein Vergehen und er wird selbst aufgeschlitzt. Doch die Gefängnisbanden kämpfen nicht nur gegeneinander. Auch die Vollzugsbeamten gehören zu ihren Opfern. In einem einzigen Jahr wurden mehr als 160 Beamte angegriffen. Für einige Gangs eine stolze Bilanz. Wir gegen sie, das ist der Kampf. Die Crips haben in allen Gefängnissen den schlechtesten Ruf, weil sie die meisten Vollzugsbeamten umgebracht und den schlimmsten Schaden angerichtet haben. Es gibt nichts, was wir nicht können. Und niemand kann das stoppen. Wir müssen zusammenhalten, damit die Polizisten nicht über uns herfallen. Das ist auch nur eine Bande, die zusammenhält. Hier kämpft jeder gegen jeden. Gang-Investigator Sergeant Nielsen sagt eine düstere Zukunft voraus. Die Gefängnisinsassen sind gegenüber den Beamten viel gewaltbereiter als vor 20 Jahren. Damals gab es auch Gewalt, aber seltener und heute haben wir mehr Häftlinge mit Strafen von 25 Jahren bis lebenslänglich. Man muss kein Wissenschaftler sein, um festzustellen, dass sie gewalttätig sind. Wer erst einmal zur Zielscheibe geworden ist, weiß, er wird das nächste Opfer eines Messerstechers. Ohne Wenn und Aber. Meistens greifen zwei bewaffnete Insassen gleichzeitig an. Da kommt man nicht ohne mehrfache Stichwunden davon. Es gibt geheime Schmuggelwege, die den Gefängnisbanden zu Macht und Geld verhelfen. Sie nehmen eine normale Geburtstagskarte, lösen das Papier, füllen den Hohlraum mit Black-Tar-Heroin und schon haben sie ein Päckchen von immensem Wert. Ein überfülltes Gefängnis, dessen gewalttätige Insassen bereit sind, für ihre Gangs über Leichen zu gehen, benötigt ein Elite-Team, wenn man die Pläne der Häftlinge durchkreuzen will. Speziell ausgebildet kennen sie die Methoden der Gangs. Im California State Prison hat Sergeant Nielsen die Leitung der Investigative Service Unit, kurz ISU, genannt. Wir haben ständig alle Hände voll zu tun. Mal gelangt Schmuggelware hier rein, Drogen und andere Dinge, mal sind es Messerstechereien im Hof und Prügeleien sind an der Tagesordnung. Bei der Durchsuchung der Zellen finden wir immer wieder Waffen und Drogen. Die Häftlinge stellen aus allem, was sie in die Finger bekommen, Stichwaffen her. Für die Vollzugsbeamten ist das die größte Bedrohung. Daher sind sie pausenlos auf der Suche. Und für die Gangmitglieder ist keine Methode ausgefallen genug, um sie zu verstecken. Auf diesem Röntgenbild ist zu erkennen, dass der Mann seine Stichwaffe in den Darm eingeführt hatte. Wie man sieht, ist es ein ziemlich großes Stück Metall. Auf diese Art und Weise gelangen immer wieder Waffen unbemerkt raus in den Gefängnishof. Eine gefährliche Praxis, für die die Insassen in ihrem Gefängnisjargon diverse Bezeichnungen entwickelt haben. Bei langen Teilen muss man sich Zeit damit lassen, sonst verletzt man sich. Und lang heißt mehr als 22 Zentimeter. So weit bin ich nie gegangen. Ich habe immer nur sehr kurze Messer geschmuggelt, so 10 bis 15 Zentimeter. Die sind schon unangenehm genug. Doch darauf kommt es nicht an. Man tut, was zu tun ist, um im Gefängnishof zu überleben. Die haben 24 Stunden Zeit, uns fertig zu machen und wir 8 bis 10, um sie zu erwischen. Es ist wie beim Schach, auf einen Zug folgen zwei Gegenzüge. Sie ändern die Taktik und sind sehr gewitzt. Auch wenn sie wegen irgendeiner Dummheit im Gefängnis sitzen, sind das ziemlich kluge Jungs, wenn es darum geht, uns zu entwischen. ISU-Officer Weast und Quinn dechiffrieren die Post der Häftlinge. Sie wollen neue Gangmitglieder entlarven und Geheimcodes knacken, die Hinweise auf Übergriffe und geplante Verbrechen enthalten. Mit jeder Waffe, die wir beschlagnahmen, verhindern wir, dass ein Officer angegriffen wird. Und jedes Mal, wenn wir Drogen finden, retten wir vielleicht einen Kollegen, denn Drogen verändern den Charakter. Rauschgift und Alkohol sind oft der Auslöser für Gewalt in Gefängnissen. Hinter den Gefängnismauern blüht das Geschäft mit Drogen. Allein in Sacramento wurden in einem Jahr 22 Insassen damit erwischt. Klar lieben wir Geld und Business. Wir bekommen den Stoff und versuchen ihn zu verkaufen. Wir schaffen es immer etwas reinzuschmuggeln. Ihre Methoden sind viel ausgefeilter geworden, aber auch unsere sie zu finden. Der gängigste Weg ist immer noch mit der Post. Sie nehmen eine normale Geburtstagskarte, lösen das Papier und füllen den Hohlraum. Meistens mit Black-Tar-Heroin. Sie bügeln es flach und dadurch wird es dünn wie Papier. Dann kleben sie die Karte wieder zusammen und der Stoff kommt unbemerkt hier rein. Schon hat man ein schönes, großes Päckchen mit Black-Tar-Heroin, das in diesem Hof einen immensen Wert hat. Rauschgift ist im Gefängnis sehr gefragt. Entsprechend hoch sind die Preise. Wir bekommen eine Unze. Das sind 28 Gramm. Jedes Gramm wird in vier Portionen geteilt, deshalb nennen wir es Quartito. Jedes Quartito bringt etwa 400 Dollar. Wir reden hier über 28 Gramm, also über 11.000 bis 12.000 Dollar. Dealer außerhalb des Gefängnisses lassen sich das lukrative Geschäft hinter Gittern nicht entgehen. Sie vermischen pulverisiertes Meth-Amphetamin mit Wasser und besprühen damit das Papier. Unter hellem Licht erkennt man die Stellen, die mit einer Flüssigkeit getränkt wurden und auch, ob etwas dazwischen geklebt wurde. Doch trotz aller Bemühungen gelangen immer wieder Drogen ins Gefängnis. Auslöser für immer neue Ausschreitungen. Heute haben die Beamten Glück. Ein anonymer Hinweis hilft ihnen, eines dieser Mini-Kartelle auffliegen zu lassen. Die Poststelle erhielt einen anonymen Brief mit dem Hinweis, allerdings ohne Namensnennung, dass zwei Insassen im Block zwei Drogen in ihrer Zelle versteckt haben. Damit ihr Bescheid wisst, wir kommen rüber und durchsuchen die Zelle. Die Zeit läuft. Die Beamten müssen schnell reagieren. Wir müssen warten, bis sie im Gefängnishof sind. Wartet. In wenigen Minuten werden die Häftlinge routinemäßig in den Hof gelassen. Kommen die Beamten zu spät, haben die Drogen vermutlich bereits den Besitzer gewechselt. Ich gehe voraus und lasse alles hier, bis wir was gefunden haben. Das Überraschungsmoment ist ein wichtiger Bestandteil der Razzia. Sobald die Insassen die Beamten entdecken, spülen sie die Drogen in die Toilette oder schlucken sie runter. Ich rechne nicht mit irgendwelchen Aktionen, es sei denn, sie haben was Wichtiges zu verbergen. Ein Mann war beobachtet worden, wie er etwas schluckte, vermutlich Rauschgift. Außerdem hat er die Zellentür blockiert. Die Beamten verlieren wertvolle Sekunden. Umdrehen und zurück. Gib mir den linken Arm. Er hat was verschluckt. Er kommt zur Überwachung. Der Häftling wird später verhört. Zuerst durchkämmen die Beamten seine Zelle nach Schmuggelwaren. Wir erhielten schon oft Hinweise auf Drogen und stießen bei der Durchsuchung auf etwas ganz anderes. Wir schrauben auch alle Verblendungen ab und werden oft fündig. Da verstecken sie Waffen und Drogen. Vor allen Dingen Rasierklingen. Oft fragt man sich, wie sie das Zeug da reingekriegt haben, aber sie haben reichlich Zeit, darüber nachzudenken. Bei so einer Zellendurchsuchung haben wir schon Mordkomplotte aufgedeckt. Alles schon vorgekommen. Der schmutzigste Job im Gefängnis. Die Schmuggelware kommt wieder ans Tageslicht. Er zerschnitt die zwei Overalls, die er trug. Und dann zog er etwas Langes aus seinem Rektum. Ein anonymer Hinweis führte im California State Prison von Sacramento zu einer Zellenrazzia. Doch kurz bevor die Beamten in die Zelle eindrangen, hatte der Verdächtige etwas geschluckt. Er kommt zur Überwachung. Als wir die Zelle öffnen wollten, hatte er die Tür blockiert. Das tun sie häufig, um Zeit zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob sie gesehen haben, wie der Insasse in eine Tüte griff, etwas in den Mund steckte und mit Wasser runterspülte. Nun steht ihm eine besonders unangenehme Prozedur bevor. Er muss sich nackt ausziehen. Dann muss er zwei weiße Overalls übereinander anziehen, die an Armen, Beinen und in der Taille abgebunden werden. Dann warten wir, bis er dreimal hintereinander Stuhlgang hatte und der wird jedes Mal genau auf Fremdkörper untersucht. Meistens finden wir, was er verschluckt hat. Doch zunächst wird der Häftling von der Arrestzelle in den Verhörraum gebracht. Man will sicher gehen, dass das, was er verschluckt hat, nicht tödlich war. Wir wissen ja nicht, ob er klug genug war, verpackten Stoff zu verschlucken. Vielleicht müssen wir ihn ins Krankenhaus bringen, weil sein Kreislauf in den nächsten 45 Minuten zusammenbricht. Oder er einen Herzstillstand erleidet. Bei Crack oder Meth kann das schnell passieren. Wir wissen, dass du was verschluckt hast. Ist es so gut verpackt, dass du nicht in 20 Minuten umkippst? Macht euch keine Sorgen. Wir müssen uns Sorgen machen, das verlangt die Vorschrift. Wir müssen sicher gehen, dass du in 20 Minuten keine Krämpfe bekommst oder andere Reaktionen. Du weißt ja, was du verschluckt hast. Und du musst in die Überwachungszelle. Er bleibt so lange in der Zelle, bis er das verschluckte Objekt wieder ausgeschieden hat. In diesem Fall kommt ein kleines Päckchen Marihuana zum Vorschein. Die meisten Häftlinge sind in dieser Situation sehr kooperativ. Nicht so Liu Ducay. Die haben mich verschnürt, doch ich habe keine Lust auf die Toilette zu gehen. Liu ist Mitglied der lateinamerikanischen Gang Northern Structure. Was er am zweiten Tag in der Überwachungszelle tut, bringt selbst erfahrene Beamte aus der Fassung. Alles beginnt damit, dass er irgendwie an eine zerbrochene Rasierklinge gekommen ist. Er zerschnitt die beiden Overalls und zog sich etwas Langes aus dem Rektum. Dann hat er seinen Darm teilweise entleert, zog einen Gegenstand raus und wollte ihn gerade wieder verschlucken, als wir ihn überwältigen konnten. Wir mussten ihn unter der Pritsche herausziehen. Das war vor 13 Tagen. Nun soll Ducay seinen Darm erneut entleeren. Doch er ist entschlossen, so lange wie möglich auszuhalten. Ich wäre auch gern woanders. Ich habe nicht darum gebeten, hier zu sein. Und nun vertreibe ich mir die Zeit. Und was wollte er ein zweites Mal verschlucken? Einen Kassiber. Zusammengerollte Papierstreifen mit wichtigen Nachrichten für seine Gang. Registrierungsnummern von Insassen, Spitznamen, wer zu den Guten gehört, wer nicht. Beschlüsse der Northern Structure mit Anweisungen für den Gefängnisaufenthalt. Drogen und Waffen gelten als wertvoller Besitz. Doch der Inhalt solcher Kassiber entscheidet oft über Leben und Tod. Wer sie nicht sorgfältig hütet, riskiert im schlimmsten Fall die Todesstrafe durch die Gang. In ihren Augen ist es ein Schwerverbrechen. Der Träger war im Besitz wertvoller Informationen der Northern Structure und nun hat sie ein anderer. Sie sind wie eine Art Geheimwund, den wir aufspüren müssen. Also nutzen wir jede Gelegenheit, wenn sie Fehler machen, um daraus Nutzen zu ziehen. Gang Investigation Officer Almodovar und sein Kollege wissen, wozu die Strafgefangenen bereit sind, um Kassiber zu verbergen. Sie wickeln sie sehr stramm in mehrere Lagen Frischhaltefolie, schon wegen des Geruchs. Immerhin werden sie im Darm transportiert und müssen so gut geschützt werden, wie eben möglich. Nachts werden sie rausgeholt und am nächsten Morgen frisch verpackt, weil die Folie sich auflöst. Kassiber sind für gewöhnlich in kodierte Schrift verfasst, die so winzig ist, dass Bandenmitglieder die Technik nicht von Anfang an beherrschen. So zu schreiben, muss man erst lernen. Wie man auf diesem Kassiber sieht, ist die Schrift wirklich klitzeklein. Sie nehmen einen Kugelschreiber und schärfen die Spitze an einer Zementwand oder auf dem Fußboden. Dann üben sie so lange, bis sie den Inhalt von fünf Sätzen in einer Zeile unterbringen können. Obwohl Ducay alles versucht hat, seinen Kassiber nicht herzugeben, gilt die Tatsache, dass er nun doch in den Händen der Vollzugsbeamten ist, als Verrat. Er kann nur hoffen, dass die Bandenchefs zumindest seine Bemühungen anerkennen. War das die Mühe wert? Wie gesagt, ich habe nicht drum gebeten, aber nun bin ich hier. Auch andere Insassen begehen folgenschwere Fehler. Für das, was ich getan habe, werde ich aufgeschlitzt. Gang-Mitglied Lio Ducay sitzt nun seit 16 Tagen in der Überwachungszelle. Er wird verdächtigt, verbotenes Material verschluckt zu haben und muss in der Zelle bleiben, bis er es wieder ausgeschieden hat. Wir dürfen ihn keine Sekunde aus den Augen lassen. Als Toilette dient der Thron in der Ecke. Dort landet sein Stuhl in zwei doppelten Plastiktüten. Er muss in die Flasche urinieren. Danach wird alles auf Schmuggelware untersucht. Ducay hat vor 14 Tagen zum letzten Mal Verdauung gehabt. Doch wenn er den Rekord brechen will, muss er noch lange durchhalten. Einige schafften es länger als 30 Tage. Er wurde untersucht, er musste rumlaufen und Wasser trinken. Hungern ist nicht gefährlich, aber er darf nicht dehydrieren. Er bekommt später noch einen Becher Wasser. Ich bin noch nicht so weit, aber wenn ihr das nachher filmen wollt, bitte, es wird furchtbar. In den vergangenen 16 Tagen hat Ducay stark abgenommen. Sieht aus, als hätte ich etwa 9 Kilo verloren. Früher wog ich über 100. Einen Kassiber haben die Beamten bereits sicherstellen können. Aber sie vermuten, dass es nicht der Einzige war und er noch weitere in sich trägt. Der häufigste Transportweg sind die Hohlräume im Körper, Darm, Mund und Nase. Natürlich geht es auch unter dem Hemd, in der Tasche oder im Schuh, aber das verstößt gegen ihre Regeln. Ein Kassiber mit geheimen Informationen würde auf diese Weise zu leicht in die Hände der Beamten fallen. Und genau das ist diesem Häftling passiert, der nun die Rache der Bandenchefs fürchten muss. Dieses Interview reicht schon, um mich fertig zu machen. Um seiner eigenen Sicherheit willen wird seine Identität geheim gehalten. Durch seine Nachlässigkeit fielen den Vollzugsbeamten wichtige Informationen seiner lateinamerikanischen Gang in die Hände. Sie waren in meiner Tasche. Ich kam aus der Dusche, die Jacke lag auf der Pritsche. Es gab eine überraschende Inspektion, weil die Beamten einen Tipp bekommen hatten, wir würden Waffen fabrizieren. Man hat uns im Duschraum eingesperrt, wir mussten uns nackt ausziehen und ich habe vergessen, dass der Kassiber in meiner Tasche war. Jetzt bleibt ihm nur noch die Schutzhaft. Doch für die müssen Häftlinge einen hohen Preis zahlen. Sie müssen den Beamten zuerst alles über ihre Gang verraten. Nun ist es ein Officer wie ein Senior, Gangster X, von der Notwendigkeit dieser Sicherheitsmaßnahme zu überzeugen. Ich glaube, dazu bin ich noch nicht bereit. Was ist mit der anderen Möglichkeit? Man wird dich niederstechen. Für das, was ich getan habe, habe ich verdient, dass man mich aufschwitzt. Und das glaubst du? Ja, ich habe doch nicht meine Zuneigung zu ihnen verloren. Ich mag sie immer noch, ich bin da aufgewachsen, sie sind mein Leben. Weil du mit ihnen aufgewachsen bist, musst du doch nicht dabei bleiben. Ich sag doch, wenn ich rauskomme, habe ich niemanden. Hier drinnen waren sie meine Familie. Also du sagst, sie sind deine Familie. Warum kannst du da nicht einfach hingehen wie in einer Familie, dich entschuldigen und alles ist gut? Doch du weißt, das läuft nicht so. Sie tun nur, als hätten sie dir verziehen. Und eines Tages im Hof des Schuhs denkst du, alles ist in Ordnung. Die warten vielleicht ein Jahr, bevor sie dich fertig machen. Die haben Geduld. Du denkst die ganze Zeit, man hat dir verziehen und bevor du dich versiehst, hast du ein Messer im Bauch. Vielleicht überlebst du. Aber was hat das mit Familie zu tun? Wölfe und Schafe in einer Herde. Ex-Banden-Mitglieder und Sexualstraftäter müssen in Schutzhaft miteinander auskommen. Ich musste meine Toleranzgrenze und meine Prinzipien gewaltig anpassen. Eine echte Zerreißprobe. Im Hof des SNY, des Sensitive Needs Yard, herrscht trügerische Ruhe. Hier sitzen Strafgefangene ihre Zeit in Schutzhaft ab. Die Mehrzahl von ihnen sind ehemalige Gangmitglieder. Oder sie gehören zu den am meisten gehassten Insassen, den Sexualstraftätern. So einer wird ohne zu zögern niedergestochen. Sobald man weiß, wer es ist, ist er dran. Punkt. Einst war er selbst Chef einer der gewalttätigsten Banden der White Supremacists. Als seine eigene Gang ihn auf die Todesliste setzte, beantragte Jay Schutzhaft. Doch die Anpassung fiel ihm schwer. Ich musste meine Toleranzgrenze und meine Prinzipien gewaltig anpassen. Eine echte Zerreißprobe. Ich will wissen, wer der Typ ist, der neben mir wohnt oder mit dem ich Karten spiele. Wenn ich dann erfahre, dass er wegen Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch hier ist, kann ich mit ihm nicht mehr Karten spielen. Früher hätte ich einem unserer Jungs gesagt, er soll ihm ein Messer zwischen die Rippen jagen. Jetzt kann ich nur weggehen und ihn künftig ignorieren. Andere Insassen, wie Eric James Foster, haben sich für Einzelhaftem ADSEC entschieden. Nur um nicht mit Sexualverbrechern zusammenleben zu müssen. Ich kann es am besten so erklären. Angenommen, wir sitzen hier, ich bin nicht in Ketten und hinter mir sitzt ein Sexualverbrecher oder Kinderschänder, Vergewaltiger oder ein Informant. Ich würde auch vor laufender Kamera über ihn herfallen und bevor der Sergeant mich hindern kann, hätte ich ihn schwer verletzt oder sogar umgebracht. Und es wäre mir völlig egal, dass alle zugesehen haben. Die Tatsache, dass Schutzhaft nur gewährt wird, wenn der Strafgefangene den Vollzugsbeamten detaillierte Auskünfte über seine Gang liefert, macht aus ihm eine andere Art von Außenseiter. Einen Verräter. Gehasst von allen Gangs. Ich bin für die jetzt Abschaum. Ich habe den schlimmsten Verrat begangen. Auch Malor hat seine Gang die Sorenius verlassen und Schutzhaft beantragt. Die Anweisungen seiner Bandenchefs haben ihm so oft Einzelhaft eingebracht, dass er eines Tages genug hatte. Das ist eine Sackgasse. Irgendwann ist man tot und wird im Gefängnishof verscharrt. Man hat nie mehr die Chance, seine Familie zu sehen. Auch wenn man hier drin ist, hat man die Hoffnung, seine Mutter zu umarmen und ihr einen Kuss auf die Wange zu geben. Ich habe sie seit vier Jahren nicht mehr berührt. Außerdem gibt es zu viel Verrat. Deine eigenen Kumpel legen dir Worte in den Mund, die du nie gesagt hast. Plötzlich kriegst du Ärger und bist im Arsch. Für nichts. Weil sie sich für die Schutzhaft entschieden haben, sind diese vier ehemaligen Gangmitglieder bis an ihr Lebensende nicht mehr sicher. Die Entscheidung war schwerer, als jemanden zu erschießen oder niederzustechen, denn sie ist endgültig und für immer. Jetzt kennt man deinen Namen in jedem Knast des Staates. Egal ob im normalen Trakt oder auf dem Weg zur Krankenstation, sie erwischen dich und du bist dran. Sie sind sehr erfinderisch. Auch Gangster X muss sich entscheiden, ob er in Schutzhaft will. Sollte er zu den anderen zurückkehren, muss er für seinen Fehler bezahlen. Und der Preis könnte sehr hoch sein. Wenn sie sagen würden, um das auszubügeln, musst du in ein Killerkommando und jemanden umbringen. Ich täte das im Alleingang. Egal was der Turmschütze macht. Auch wenn er mich erschießt. Mein Name wäre wieder Sauber. Obwohl er entschlossen scheint, alles zu tun, um seinen Platz in der Gang zu behalten, versucht Officer Villasenor noch einmal, ihn zu überzeugen. Du wirst sehen, hier ist es anders. Hier gibt es keine Bankenpolitik. Hier kannst du deine Zeit in Ruhe absitzen und zu deinen Freunden und deiner Familie zurückkehren. Du findest sogar Freunde hier. Kurz darauf wird Gangster X im Isoliertrakt in eine Einzelzelle verlegt. Zu seiner eigenen Sicherheit. Sein Fall und die Möglichkeit einer Schutzhaft sind noch nicht entschieden. Doch er ist nicht der einzige, den ein Kassiber in Schwierigkeiten gebracht hat. Lio Ducay, der seit mehr als drei Wochen in einer Überwachungszelle sitzt, hat sich der Herausgabe bislang erfolgreich widersetzt. Wollen Sie wirklich kein Wasser? Doch dann, nach 22 Tagen ohne Verdauung, hält er es nicht mehr aus. In seinem Stuhl finden die Beamten 13 Kassiber mit Gang-Informationen, die so brisant sind, dass sie noch geheim gehalten werden. Für die Vollzugsbeamten sind die Fälle Gangster X und Ducay zwei kleine Siege im immerwährenden Kampf gegen Gefängnisbanden. Wir sorgen dafür, dass unsere Kollegen sicher nach Hause gehen. Es geht um unsere und ihre Sicherheit. Und wenn jeder seinen Teil tut, vermindert das das Risiko für alle. Das ist meine Motivation. Wenn ich Drogen oder Waffen finde, verhindere ich, dass irgendwo irgendjemandem etwas passiert. Vielleicht rette ich sogar Leben. Und das lässt uns weitermachen. Also, das ist das, was uns geht. Das ist das, was uns geht. So zu schreiben, muss man erst lernen. Wie man auf diesem Kassiber sieht, ist die Schrift wirklich klitzeklein. Sie nehmen einen Kugelschreiber und schärfen die Spitze an einer Zementwand oder auf dem Fußboden. Dann üben sie so lange, bis sie den Inhalt von fünf Sätzen in einer Zeile unterbringen können. Obwohl Ducay alles versucht hat, seinen Kassiber nicht herzugeben, gilt die Tatsache, dass er nun doch in den Händen der Vollzugsbeamten ist, als Verrat. Er kann nur hoffen, dass die Banden-Chefs zumindest seine Bemühungen anerkennen. War das die Mühe wert? Wie gesagt, ich habe nicht drum gebeten, aber nun bin ich hier. Auch andere Insassen begehen folgenschwere Fehler. Für das, was ich getan habe, werde ich aufgeschlitzt. Gangmitglied Lio Ducay sitzt nun seit 16 Tagen in der Überwachungszelle. Er wird verdächtigt, verbotenes Material verschluckt zu haben und muss in der Zelle bleiben, bis er es wieder ausgeschieden hat. Wir dürfen ihn keine Sekunde aus den Augen lassen. Als Toilette dient der Thron in der Ecke. Dort landet sein Stuhl in zwei doppelten Plastiktüten. Er muss in die Flasche urinieren. Danach wird alles auf Schmuggelware untersucht. Ducay hat vor 14 Tagen zum letzten Mal Verdauung gehabt. Doch wenn er den Rekord brechen will, muss er noch lange durchhalten. Einige schafften es länger als 30 Tage. Er wurde untersucht, er musste rumlaufen und Wasser trinken. Hungern ist nicht gefährlich, aber er darf nicht dehydrieren. Er bekommt später noch einen Becher Wasser. Ich bin noch nicht so weit, aber wenn ihr das nachher filmen wollt, bitte, es wird furchtbar. In den vergangenen 16 Tagen hat Ducay stark abgenommen. Sieht aus, als hätte ich etwa 9 Kilo verloren. Früher wog ich über 100. Einen Kassiber haben die Beamten bereits sicherstellen können. Aber sie vermuten, dass es nicht der einzige war und er noch weitere in sich trägt. Der häufigste Transportweg sind die Hohlräume im Körper, Darm, Mund und Nase. Natürlich geht es auch unter dem Hemd, in der Tasche oder im Schuh, aber das verstößt gegen ihre Regeln. Ein Kassiber mit geheimen Informationen würde auf diese Weise zu leicht in die Hände der Beamten fallen. Und genau das ist diesem Häftling passiert, der nun die Rache der Bandenchefs fürchten muss. Dieses Interview reicht schon, um mich fertig zu machen. Wenn du keine Krämpfe bekommst oder andere Reaktionen. Du weißt ja, was du verschluckt hast. Und du musst in die Überwachungszelle. Er bleibt so lange in der Zelle, bis er das verschluckte Objekt wieder ausgeschieden hat. In diesem Fall kommt ein kleines Päckchen Marihuana zum Vorschein. Die meisten Häftlinge sind in dieser Situation sehr kooperativ. Nicht so Liu Duque. Die haben mich verschnürt, doch ich habe keine Lust auf die Toilette zu gehen. Liu ist Mitglied der lateinamerikanischen Gang Northern Structure. Was er am zweiten Tag in der Überwachungszelle tut, bringt selbst erfahrene Beamte aus der Fassung. Alles beginnt damit, dass er irgendwie an eine zerbrochene Rasierklinge gekommen ist. Er zerschnitt die beiden Overalls und zog sich etwas Langes aus dem Rektum. Dann hat er seinen Darm teilweise entleert, zog einen Gegenstand raus und wollte ihn gerade wieder verschlucken, als wir ihn überwältigen konnten. Wir mussten ihn unter der Pritsche herausziehen. Das war vor 13 Tagen. Nun soll Duque seinen Darm erneut entleeren. Doch er ist entschlossen, so lange wie möglich auszuhalten. Ich wäre auch gern woanders. Ich habe nicht darum gebeten, hier zu sein. Und nun vertreibe ich mir die Zeit. Und was wollte er ein zweites Mal verschlucken? Einen Kassiber. Zusammengerollte Papierstreifen mit wichtigen Nachrichten für seine Gang. Registrierungsnummern von Insassen, Spitznamen, wer zu den Guten gehört, wer nicht. Beschlüsse der Northern Structure mit Anweisungen für den Gefängnisaufenthalt. Drogen und Waffen gelten als wertvoller Besitz. Doch der Inhalt solcher Kassiber entscheidet oft über Leben und Tod. Wer sie nicht sorgfältig hütet, riskiert im schlimmsten Fall die Todesstrafe durch die Gang. In ihren Augen ist es ein Schwerverbrechen. Der Träger war im Besitz wertvoller Informationen der Northern Structure und nun hat sie ein anderer. Sie sind wie eine Art Geheimwund, den wir aufspüren müssen. Also nutzen wir jede Gelegenheit, wenn sie Fehler machen, um daraus Nutzen zu ziehen. Gang-Investigation-Officer Almodovar und sein Kollege wissen, wozu die Strafgefangenen bereit sind, um Kassiber zu verbergen. Sie wickeln sie sehr stramm in mehrere Lagen Frischhaltefolie, schon wegen des Geruchs. Immerhin werden sie impfen, was wir nicht können. Und niemand kann das stoppen. Eine Art Geheimbund, den wir aufspüren müssen. Getrennt nach Rassen, aber vereint in ihrem Hunger nach Macht, herrschen hier die Anführer mit eiserner Faust. Ich habe den Latino abgestochen. Er hat Sachen gesagt, die er nicht hätte sagen sollen. Da habe ich zugestochen. Zweimal mit einem großen Messer in den Hals. Wir haben eine Liste mit Todesurteilen. Inside. Gangs hinter Gittern. 40 Kilometer östlich von Sacramento. Die Main Street in Folsom, Kalifornien, ist charakteristisch für eine typische amerikanische Kleinstadt. Doch die Idylle trügt. Hier treiben einige der gewalttätigsten Banden der Westküste ihr Unwesen mit Gewalt, Chaos und Drogenhandel. Ein Geschäft, das nicht nur auf den Straßen blüht, sondern auch innerhalb der grauen Steinmauern des California State Prison. Man landet nicht in einem Gefängnis der höchsten Sicherheitsstufe, wie dem California State Prison, wenn man nie mit Banden zu tun hatte. Ein Gefängnis, das für 2000 Insassen vorgesehen, aber mit rund 3100 belegt ist. Das bedeutet eine Menge Aggression, mit der die Vollzugsbeamten konfrontiert werden. Viele unserer Insassen sind hier ohne eine Chance auf Bewährung. Das macht diesen Ort sehr gefährlich. Hier geht es genauso zu wie auf der Straße, nur dass wir hinter Gittern sind und keinen Zugang zu Waffen haben. Die Gangs wickeln ihre Geschäfte im Gefängnishof ab und zögern nicht, andere Insassen oder Beamte, die ihnen im Weg sind, durch Gewaltanwendung einzuschüchtern. Ich habe gesehen, wie einer etwa 100 Stiche verpasst bekam. Keine Ahnung, ob er überlebt hat. Einen Monat später wurde einem anderen mit einem Schuss vom Turm das Herz aus der Brust gepostet. Die Vollzugsbeamten versuchen ein gewisses Maß an Ordnung zu halten. Doch im Gefängnishof herrschen die ungeschriebenen Gesetze der Bandenchefs. Sie brechen eher tausend unserer Gesetze als eins ihrer eigenen. Und das Wichtigste von allen ist die Rassentrennung. Die Anführer haben sogar den Hof in Parzellen eingeteilt. Es gibt ein Gebiet für die Asiaten und eins für die Weißen. Seit 16 Jahren beaufsichtigt Sergeant Kennedy dieses Pulverfass und kennt die Einteilung genau. Hier oben stehen zwei Tische für die Latinos, die im Augenblick unter Einschluss sind. Der Tisch da drüben ist für die L.A. Crips. Ein paar von ihnen sind gerade da. Jetzt bleibt ihm nur noch die Schutzhaft. Doch für die müssen Häftlinge einen hohen Preis zahlen. Sie müssen den Beamten zuerst alles über ihre Gang verraten. Nun ist es ein Officer wie ein Senior, Gangster X, von der Notwendigkeit dieser Sicherheitsmaßnahme zu überzeugen. Ich glaube, dazu bin ich noch nicht bereit. Was ist mit der anderen Möglichkeit? Man wird dich niederstechen. Für das, was ich getan habe, habe ich verdient, dass man mich aufschwitzt. Und das glaubst du? Ja, ich habe doch nicht meine Zuneigung zu ihnen verloren. Ich mag sie immer noch. Ich bin da aufgewachsen. Sie sind mein Leben. Weil du mit ihnen aufgewachsen bist, musst du doch nicht dabei bleiben. Ich sag doch, wenn ich rauskomme, habe ich niemanden. Hier drinnen waren sie meine Familie. Also du sagst, sie sind deine Familie. Warum kannst du da nicht einfach hingehen wie in einer Familie, dich entschuldigen und alles ist gut? Doch du weißt, das läuft nicht so. Sie tun nur, als hätten sie dir verziehen. Und eines Tages im Hof des Schuhs denkst du, alles ist in Ordnung. Die warten vielleicht ein Jahr, bevor sie dich fertig machen. Die haben Geduld. Du denkst die ganze Zeit, man hat dir verziehen und bevor du dich versiehst, hast du ein Messer im Bauch. Vielleicht überlebst du. Aber was hat das mit Familie zu tun? Wölfe und Schafe in einer Herde. Expandenmitglieder und Sexualstraftäter müssen in Schutzhaft miteinander auskommen. Ich musste meine Toleranzgrenze und meine Prinzipien gewaltig anpassen. Eine echte Zerreißprobe. Im Hof des SNY, des Sensitive Needs Yard, herrscht trügerische Ruhe. Hier sitzen Strafgefangene ihre Zeit in Schutzhaft ab. Die Mehrzahl von ihnen sind ehemalige Gangmitglieder oder sie gehören zu den am meisten gehassten Insassen, den Sexualstraftätern. So einer wird ohne zu zögern niedergestochen. Sobald man weiß, wer es ist, ist er dran. Punkt. Einst war er selbst Chef einer der gewalttätigsten Banden der White Supremacists. Als seine eigene Gang ihn auf die Todesliste setzte, beantragte Jay Schutzhaft. Doch die Anpassung fiel ihm schwer. Ich musste meine Toleranzgrenze und meine Prinzipien gewaltig anpassen. Eine echte Zerreißprobe. Ich will wissen, wer der Typ ist. Wir schrauben auch alle Verblendungen ab und werden oft fündig. Da verstecken sie Waffen und Drogen. Vor allen Dingen Rasierklingen. Oft fragt man sich, wie sie das Zeug da reingekriegt haben, aber sie haben reichlich Zeit, darüber nachzudenken. Bei so einer Zellendurchsuchung haben wir schon Mordkomplotte aufgedeckt. Alles schon vorgekommen. Der schmutzigste Job im Gefängnis. Die Schmuggelware kommt wieder ans Tageslicht. Er zerschnitt die zwei Overalls, die er trug. Und dann zog er etwas Langes aus seinem Rektum. Ein anonymer Hinweis führte im California State Prison von Sacramento zu einer Zellenrazzia. Ja, go ahead, move it now. Doch kurz bevor die Beamten in die Zelle eindrangen, hatte der Verdächtige etwas geschluckt. Er kommt zur Überwachung. Als wir die Zelle öffnen wollten, hatte er die Tür blockiert. Das tun sie häufig, um Zeit zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob sie gesehen haben, wie der Insasse in eine Tüte griff, etwas in den Mund steckte und mit Wasser runterspülte. Nun steht ihm eine besonders unangenehme Prozedur bevor. Er muss sich nackt ausziehen. Dann muss er zwei weiße Overalls übereinander anziehen, die an Armen, Beinen und in der Taille abgebunden werden. Dann warten wir, bis er dreimal hintereinander Stuhlgang hatte und der wird jedes Mal genau auf Fremdkörper untersucht. Meistens finden wir, was er verschluckt hat. Doch zunächst wird der Häftling von der Arrestzelle in den Verhörraum gebracht. Man will sicher gehen, dass das, was er verschluckt hat, nicht tödlich war. Wir wissen ja nicht, ob er klug genug war, verpackten Stoff zu verschlucken. Vielleicht müssen wir ihn ins Krankenhaus bringen, weil sein Kreislauf in den nächsten 45 Minuten zusammenbricht. Oder er einen Herzstillstand erleidet. Bei Crack oder Meth kann das schnell passieren. Wir wissen, dass du was verschluckt hast. Ist es so gut verpackt, dass du nicht in 20 Minuten umkippst? Macht euch keine Sorgen. 2004 beschloss Eric James Foster, ohne erkennbaren Anlass, diese Rassengrenze zu überschreiten, um einen anderen anzugreifen. Das führte fast zu einem Blutbad zwischen den Gangs der Weißen und der Latinos. Die Auswirkungen sind heute noch spürbar. Ich habe den Latino abgestochen. Er hat Sachen gesagt, die er nicht hätte sagen sollen, da habe ich zugestochen. Zweimal mit einem großen Messer in den Hals. Ich habe ihn ernsthaft verletzt. Er hat stark geblutet und war in mehreren Krankenhäusern. Jedes war größer als das davor. Ausgerechnet Foster, der wegen Mordes zu 25 Jahren bis lebenslänglich verurteilt wurde, ist einer der wenigen Häftlinge, die keiner Gang angehören. Ich bin nirgendwo Mitglied. Ich bin ein weißer Einzelgänger. Ich kann mit Banden nichts anfangen. Sehen Sie sich die Typen an. Alle haben einen gemeinsamen Nenner. Speedfreaks, Drogendealer, Junkies, Heroinabhängige. Alles. Hauptsache Rauschgift. Kaum hatte die Nachricht von dem Angriff auf den Häftling die Runde gemacht, da bemerkte der Wachhabende auf dem Kontrollturm verdächtige Aktivitäten. Einer der Männer verhielt sich eigenartig. Er brachte Abfalltüten in den Hof und händigte anderen vorbeikommenden Latinos Socken und Handschuhe aus, in denen offensichtlich etwas versteckt war. Wir haben sofort reagiert. Alle Insassen mussten sich auf den Boden setzen. Bei der Durchsuchung fanden wir ca. 35 Waffen. Allein bei den Insassen in unserer unmittelbaren Nähe. Später stellte sich heraus, dass sie Angriffe gegen die weißen Häftlinge geplant hatten. Jeder Weiße im Hof war verpflichtet, mir zu helfen, falls die Mexikaner mich angriffen. Wenn nicht, würde ihnen dasselbe Schicksal ereilen. Oder ich würde dafür sorgen, dass jeder, der mir nicht geholfen hatte, Bekanntschaft mit meinem Messer machte. Diesmal konnte ein Krieg verhindert werden. Doch die Aufseher wissen, es ist nur eine Frage der Zeit bis zum nächsten Aufruhr. Sicherheitshalber bleiben Weiße und Latinos daher unter Einschluss in ihren Zellen, bis die Gemüter sich beruhigt haben. Das war vor zwei Jahren. Ich bin ein Unruhestifter. Ich sorge lieber für Ärger, als zu helfen, ihn beizulegen. Die wollten mich nicht mehr im Hof. Foster wurde in den Hochsicherheitstrakt ADSAC verlegt. Es ist wie ein Gefängnis im Gefängnis. Ich musste meine Toleranzgrenze und meine Prinzipien gewaltig anpassen. Eine echte Zerreißprobe. Im Hof des SNY, des Sensitive Needs Yard, herrscht trügerische Ruhe. Hier sitzen Strafgefangene ihre Zeit in Schutzhaft ab. Die Mehrzahl von ihnen sind ehemalige Gangmitglieder. Oder sie gehören zu den am meisten gehassten Insassen, den Sexualstraftätern. So einer wird ohne zu zögern niedergestochen. Sobald man weiß, wer es ist, ist er dran. Punkt. Einst war er selbst Chef einer der gewalttätigsten Banden der White Supremacists. Als seine eigene Gang ihn auf die Todesliste setzte, beantragte Jay Schutzhaft. Doch die Anpassung fiel ihm schwer. Ich musste meine Toleranzgrenze und meine Prinzipien gewaltig anpassen. Eine echte Zerreißprobe. Ich will wissen, wer der Typ ist, der neben mir wohnt oder mit dem ich Karten spiele. Wenn ich dann erfahre, dass er wegen Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch hier ist, kann ich mit ihm nicht mehr Karten spielen. Früher hätte ich einem unserer Jungs gesagt, er soll ihm ein Messer zwischen die Rippen jagen. Jetzt kann ich nur weggehen und ihn künftig ignorieren. Andere Insassen, wie Eric James Foster, haben sich für Einzelhaftem ADSEC entschieden, nur um nicht mit Sexualverbrechern zusammenleben zu müssen. Ich kann es am besten so erklären. Angenommen, wir sitzen hier, ich bin nicht in Ketten und hinter mir sitzt ein Sexualverbrecher oder Kinderschänder, Vergewaltiger oder ein Informant. Ich würde auch vor laufender Kamera über ihn herfallen und bevor der Sergeant mich hindern kann, hätte ich ihn schwer verletzt oder sogar umgebracht. Und es wäre mir völlig egal, dass alle zugesehen haben. Die Tatsache, dass Schutzhaft nur gewährt wird, wenn der Strafgefangene den Vollzugsbeamten detaillierte Auskünfte über seine Gang liefert, macht aus ihm eine andere Art von Außenseiter. Einen Verräter, gehasst von allen Gangs. Ich bin für die jetzt Abschaum. Ich habe den schlimmsten Verrat begangen. Auch Malor hat seine Gang die Sorenius verlassen und Schutzhaft beantragt. Die Anweisungen seiner Bandenchefs haben ihm so oft Einzelhaft eingebracht, dass er eines Tages genug hatte. Das ist eine Sackgasse. Irgendwann ist man tot und wird im Gefängnishof verscharrt. Man hat nie mehr die Chance, seine Familie zu sehen. Auch wenn man hier drin ist, hat man die Hoffnung, seine Mutter zu umarmen und ihr einen Kuss auf die Wange zu geben. Ich habe sie seit vier Jahren nicht mehr berührt. Er hat die Zelle in den Verhörraum gebracht. Man will sicher gehen, dass das, was er verschluckt hat, nicht tödlich war. Wir wissen ja nicht, ob er klug genug war, verpackten Stoff zu verschlucken. Vielleicht müssen wir ihn ins Krankenhaus bringen, weil sein Kreislauf in den nächsten 45 Minuten zusammenbricht. Oder er einen Herzstillstand erleidet. Bei Crack oder Meth kann das schnell passieren. Wir wissen, dass du was verschluckt hast. Ist es so gut verpackt, dass du nicht in 20 Minuten umkippst? Macht euch keine Sorgen. Wir müssen uns Sorgen machen, das verlangt die Vorschrift. Wir müssen sicher gehen, dass du in 20 Minuten keine Krämpfe bekommst oder andere Reaktionen. Du weißt ja, was du verschluckt hast. Und du musst in die Überwachungszelle. Er bleibt so lange in der Zelle, bis er das verschluckte Objekt wieder ausgeschieden hat. In diesem Fall kommt ein kleines Päckchen Marihuana zum Vorschein. Die meisten Häftlinge sind in dieser Situation sehr kooperativ. Nicht so Lio Ducay. Die haben mich verschnürt, doch ich habe keine Lust auf die Toilette zu gehen. Lio ist Mitglied der lateinamerikanischen Gang Northern Structure. Was er am zweiten Tag in der Überwachungszelle tut, bringt selbst erfahrene Beamte aus der Fassung. Alles beginnt damit, dass er irgendwie an eine zerbrochene Rasierklinge gekommen ist. Er zerschnitt die beiden Overalls und zog sich etwas Langes aus dem Rektum. Dann hat er seinen Darm teilweise entleert, zog einen Gegenstand raus und wollte ihn gerade wieder verschlucken, als wir ihn überwältigen konnten. Wir mussten ihn unter der Pritsche herausziehen. Das war vor 13 Tagen. Nun soll Ducay seinen Darm erneut entleeren. Doch er ist entschlossen, so lange wie möglich auszuhalten. Ich wäre auch gern woanders. Ich habe nicht darum gebeten, hier zu sein. Und nun vertreibe ich mir die Zeit. Und was wollte er ein zweites Mal verschlucken? Einen Kassiber. Zusammengerollte Papierstreifen mit wichtigen Nachrichten für seine Gang. Registrierungsnummern von Insassen, Spitznamen, wer zu den Guten gehört, wer nicht. Beschlüsse der Northern Structure mit Anweisungen für den Gefängnisaufenthalt. Drogen und Waffen gelten als wertvoller Besitz. Doch der Inhalt solcher kann die Beamten entdecken, spülen sie die Drogen in die Toilette oder schlucken sie runter. Ich rechne nicht mit irgendwelchen Aktionen, es sei denn, sie haben was Wichtiges zu verbergen. Ein Mann war beobachtet worden, wie er etwas schluckte, vermutlich Rauschgift. Außerdem hat er die Zellentür blockiert. Die Beamten verlieren wertvolle Sekunden. Umdrehen und zurück. Gib mir den linken Arm. Er hat was verschluckt. Er kommt zur Überwachung. Der Häftling wird später verhört. Zuerst durchkämmen die Beamten seine Zelle nach Schmuggelwaren. Wir erhielten schon oft Hinweise auf Drogen und stießen bei der Durchsuchung auf etwas ganz anderes. Wir schrauben auch alle Verblendungen ab und werden oft fündig. Da verstecken sie Waffen und Drogen. Vor allen Dingen Rasierklingen. Oft fragt man sich, wie sie das Zeug da reingekriegt haben, aber sie haben reichlich Zeit, darüber nachzudenken. Bei so einer Zellendurchsuchung haben wir schon Mordkomplotte aufgedeckt. Alles schon vorgekommen. Der schmutzigste Job im Gefängnis. Die Schmuggelware kommt wieder ans Tageslicht. Er zerschnitt die zwei Overalls, die er trug. Und dann zog er etwas Langes aus seinem Rektum. Ein anonymer Hinweis führte im California State Prison von Sacramento zu einer Zellenrazzia. Doch kurz bevor die Beamten in die Zelle eindrangen, hatte der Verdächtige etwas geschluckt. Er kommt zur Überwachung. Als wir die Zelle öffnen wollten, hatte er die Tür blockiert. Das tun sie häufig, um Zeit zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob sie gesehen haben, wie der Insasse in eine Tüte griff, etwas in den Mund steckte und mit Wasser runterspülte. Nun steht ihm eine besonders unangenehme Prozedur bevor. Im Brief, mit dem Hinweis, allerdings ohne Namensnennung, dass zwei Insassen im Block zwei Drogen in ihrer Zelle versteckt haben. Damit ihr Bescheid wisst, wir kommen rüber und durchsuchen die Zelle. Die Zeit läuft. Die Beamten müssen schnell reagieren. Wir müssen warten, bis sie im Gefängnis hoch sind. Wartet. In wenigen Minuten werden die Häftlinge routinemäßig in den Hof gelassen. Kommen die Beamten zu spät, haben die Drogen vermutlich bereits den Besitzer gewechselt. Ich gehe voraus und lasse alles hier, bis wir was gefunden haben. Das Überraschungsmoment ist ein wichtiger Bestandteil der Razzia. Sobald die Insassen die Beamten entdecken, spülen sie die Drogen in die Toilette oder schlucken sie runter. Ich rechne nicht mit irgendwelchen Aktionen, es sei denn, sie haben was Wichtiges zu verbergen. Ein Mann war beobachtet worden, wie er etwas schluckte, vermutlich Rauschgift. Außerdem hat er die Zellentür blockiert. Die Beamten verlieren wertvolle Sekunden. Umdrehen und zurück. Gib mir den linken Arm. Er hat was verschluckt. Er kommt zur Überwachung. Der Häftling wird später verhört. Zuerst durchkämmen die Beamten seine Zelle nach Schmuggelwaren. Wir erhielten schon oft Hinweise auf Drogen und stießen bei der Durchsuchung auf etwas ganz anderes. Wir schrauben auch alle Verblendungen ab und werden oft fündig. Da verstecken sie Waffen und Drogen. Vor allen Dingen Rasierklingen. Oft fragt man sich, wie sie das Zeug da reingekriegt haben, aber sie haben reichlich Zeit, darüber nachzudenken. Bei so einer Zellendurchsuchung haben wir schon Mordkomplotte aufgedeckt. Alles schon vorgekommen. Der schmutzigste Job im Gefängnis. Die Schmuggelware kommt wieder ans Tageslicht. Er zerschnitt die zwei Overalls, die er trug. Und dann zog er etwas lang.